Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Rebel Galaxy. Ich bin fast an der nächsten Mission. Ich bin gespannt, wie es diesmal läuft. An dem Namen könnte man rauslesen, dass es wahrscheinlich eine dicke Schlacht geben wird. Ich fliege da jetzt mal von weit hinten rein und gucke mir das erstmal an. Ich will jetzt nicht mit der Tür quasi ins Haus fallen. Ich scanne mal. Ach du Scheiße. Hm. Wie mache ich denn das? Ich fliege von der Seite rein. Ja, ja. Ist immer over. Immer ist es over. Ich könnte natürlich auch warten. Also das sind ja anscheinend zwei Fraktionen, die sich jetzt gegenseitig auf den Sack geben. Könnt ihr jetzt natürlich erstmal einen Moment warten, bis sie sich ordentlich gegenseitig dezimieren. Alter, was ist denn das für ein Teil? Seht ihr dieses riesige Kackschiff, das gerade einfach den Asteroiden zersäbelt hat? Alter. Komm, den schnappen wir uns. Der verpisst sich gerade, diese leichte Fregatte. Autsch. Wir gucken, ob wir den kriegen. So, los geht's. Ich versuche mich mal ein bisschen außerhalb zu halten. Ja, ja. Und jetzt schön hinten her. Ich muss ein bisschen aufpassen. Da habt ihr mich immer mal wieder drauf hingewiesen, dass ich auch wirklich in der Reichweite meiner Broadside Cannons arbeite. Das habe ich nämlich ab und zu mal verpeilt, sag ich mal. Und hab deswegen immer mal wieder, äh, ja, Effektivität eingebüßt. Da habt ihr auch vollkommen recht. Deswegen werde ich jetzt in Zukunft immer mal versuchen, meinen Kurs richtig anzupassen. Ich denke, das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber wird wohl ein bisschen Übung erforderlich machen. Ja, ja, komm Pirate Scout. Deine Mutter. So. Wo ist denn dieses Riesen-Kackschiff? Ist das das hier? Ne, das ist kein Riesen-Kackschiff. Das ist auch eine leichte Fregatte. Kriegen wir hin. Komm schon. Runter mit den Schilden. Locker. Wo ist denn der Rest von dieser Flotte? Wir sind jetzt nur noch bei Moderate. Alles andere sollte also, boah, nicht unbedingt easy sein, aber machbar sein. Kann es sein, dass dieses riesige Schiff schon zerschrotet wurde? Ich sehe es nämlich nicht mehr. Nein. Thread-Level ist wieder high. Das fehlt doch hier irgendwo. Das ist ein kleiner Bomber. Der interessiert mich nicht, solange es nicht so viele werden. Komisch. Irgendwie habe ich es verloren. Ich mache jetzt erstmal die mittelgroßen fertig und mache mich dann bei Gelegenheit auf die Suche nach dem fetten Vieh. Ich glaube, das ist wirklich schon zerstört worden. Kann mir eigentlich nur recht sein, wollte ich gerade mal so anmerken. Und weg damit. Und weg damit. Ja, ja. Starboard Shield are down. Mission. Kein Problem. Kein Problem. Und hier, ja. Das ist, was ist, was ist? Ist hier in der Nähe? Ja, tatsächlich. Boah. Ja, very high ist hier das Risiko, ich glaube ich gucke es mir mal an, aber hoffe mal, dass ich schnell genug fliehen kann, ich mache das wie eben, fliege mal nicht so ganz nah ran, sondern fliege lieber noch ein bisschen mit Boost, ach scheiße ne, da sind wir doch noch ein bisschen zu weit weg, auf 30. Oder 20 gehen wir mal ran, so, mal gucken, ob ich von hier schon irgendwas sehe, da hängt irgendwas Großes, es kann natürlich sein, dass gleich noch was ins System springt, aber, ne, das sind Freunde, warte mal, ich fliege da mal kurz hin. Okay, also ach, das Ding wollten wir kapern anscheinend, okay, ich schätze mal, dass wir das jetzt verteidigen müssen, bis die das in Betrieb genommen haben. Ich scanne schon mal, aber, okay, es sieht wohl so aus, als hätten es eine Patrouille gespottet, ich hole mir das Ding da. Je schneller ich die ausschalte, desto besser wahrscheinlich, nicht, dass die irgendwie noch, keine Ahnung, Meldungen beim Vorgesetzten sozusagen machen. So, der ist weg. Koufax ist hier auch noch. Ich schätze mal, dass diese Battle Group, die da rum eiert, gleich zu uns stoßen wird. Okay, wir müssen jetzt eskortieren. Approach the vessel and warp pairing with E2 Escort, pair warp. Okay, dann machen wir das mal. So, hänge ich mal dran. Ich kann gerade nicht mehr steuern, will ich nur kurz sagen. Okay, dann glaube ich, weiß ich schon, was passiert. Wir werden wahrscheinlich gleich abgefangen. Wow. Da wurden wir von irgendeinem Debris rausgezogen, von dem, hier, von diesem Mülldingen wahrscheinlich. Komm, jetzt gibt mal Stoff. Hoffentlich funktioniert das mit dem Warp-Pairing. Ja, sieht ganz gut aus. Ich kann aber nicht steuern. Normalerweise kann ich ja immer steuern. Nicht durch den Nebel fliegen, nicht durch den Nebel... Na gut, nichts passiert. Bin jetzt gespannt, wo wir hingebracht werden. Beziehungsweise auch von, was wir gleich abgefangen werden, weil das wird passieren. Kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, sonst macht die Mission nämlich irgendwie keinen Sinn. Und da geht's schon los. Ich bin mal gespannt, was das Ding hier so kann. Sabertooth waren die großen Dinger, ne? Ah, kriegen wir schon hin. Wobei, ne, die sind gar nicht so riesig. So, weg damit. Na gut, das ist jetzt echt nicht so pralle, das Teil. Da können wir uns ruhig drauf einlassen. Noch eine Breitseite und weg damit. So, und das zweite ist gleiche Größe. Ach, das ist schon kaputt. Ja, umso besser. So, per Warp wieder. Wo geht's lang? Wart mal kurz. Falsche Richtung. Wird beinahe in die falsche Richtung geworbt. So. Nochmal. Pairing Warp. Und jetzt gibt's Stoff. Fliegen direkt auf den Planeten dazu. Vielleicht ist das ja unsere, unsere Destination. Oh, scheiße. Jetzt sind wir da volle Möhre. Bei dem Distress Signal rausgezogen worden. Dann machen wir das mal fertig, ne? Alter, das ist schon wieder so ein fettes, fettes Teil. Warte mal, ich muss mal kurz was testen. Können wir uns vielleicht doch weg, weg, weg warpen. Ich geh mal neben. Oh man, mach das bloß nicht kaputt, ey. Komm, per Warp. Wir müssen hier weg. Oh man, mach das bloß nicht kaputt, ey. Komm schon. Es macht nichts. Es passiert nichts. Okay. Das war's. Wir müssen kämpfen. Kommen wir nicht drum rum. Ich hoffe, dass das Schiff, das wir begleiten, ordentlich was aushält. Weil das kriegt ihr jetzt gerade ordentlich ein, ein Geschenkt. Da müssen wir was gegen tun. Ich muss auch immer auf meine Schilde achten. Schilde sind runter und weg. Wo ist unser großes Schiffchen? Das ist da hinten. Das ist ein Zerstörer, alter. Okay, der flieht, dann werde ich das jetzt wohl auch mal tun. Oder dreht der nur? Ah, ich glaube der dreht nur. Na gut. Bekämpfen wir das Teil also. Was soll's? Bisschen Geld verdienen, ne? Immer schön die Flak benutzen. Aufpassen, dass meine Schilde nicht down gehen. Ja, sehr gut. Das Ding ist hinüber. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht wie schon ein paar Mal passiert in der letzten Sekunde draufgehe. Bäm! Bounty gewonnen. Wieder 10.000 Ocken mehr. Und das war, glaube ich, der letzte Gegner. Ach nee, da ist der letzte Gegner. Das war der letzte. Gott sei Dank. Dann hätten wir das auch geschafft. Eile mal wenden. Nein. Oh, nicht gegen mich fliegen. Flieg vor. Flieg vor. Boah, die Mission ist ganz schön nervig, dass ich hier im Prinzip nicht steuern kann, wo es hingehen soll. Autsch. Wo willst denn du jetzt lang? Flieg doch einfach mal gerad aus. Das ist ja mein Scherz, ey. Funktioniert gerade wieder mega gut. Einmal wenden. Wenn ich wenigstens wüsste, wo es hingeht. Aber das kriegt man nicht angezeigt. Gibt Stäffchen. Gibt Stäffchen. Gibt Stäffchen. Okay, gerade funktioniert irgendwas nicht. Ich gehe mal näher ran. Ich hoffe, dass es das bringt. Ja, jetzt funktioniert es. Oder? Ne, es funktioniert nicht. Oh Mann, was ist das denn für eine Kacke? Doch, jetzt geht es. Hat lange genug gedauert. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal abgefangen werden, weil das war gerade ein bisschen nervig. Ist ja auch nicht so, dass man ausweichen könnte im Weltraum, aber... Ich bin gerade ein bisschen genervt von der Mission, aber massiv. Der ist auch so kacke langsam. Ist doch dasselbe Schiff, wie wir haben, oder? Ja. Warum bist du langsamer als ich? Gaspedal ist rechts. Boah, der denn seinen Weltraumführerschein hier macht. Schön einreihen wieder. Reißverschlussverfahren. Und jetzt drückt mal auf die Tube, bitte. Wahrscheinlich gleich wieder da vorne in den nächsten Asteroidengürtel. Wir sind jetzt so weit. Hör deine Fingern. Jo. Wir sollen also... Ja, wir wurden rausgezogen. Natürlich wurden wir nochmal rausgezogen. Boah. Wie nervig. Ach du Scheiße. Was sind das denn für Möpse? Ach so, das sind wieder... Oh mein Gott. Diesmal haben wir es mit einem richtig fetten Teil zu tun. Das will ich mir auch mal kaufen. Scarabeos heißen die, oder? Das sind doch die... Ach nee, oh. Das ist ja einer von uns. Ups. Jetzt habe ich auf den geschossen ausgesehen. So, der ist weg. Dann war das quasi eine Falle für die Falle. Hoffen wir mal, dass das auch... Gleich wieder vorbei ist. Das Kämpfchen. Yep. Ist es. Wahrscheinlich ist gleich auch die Mission vorbei. Wir wurden ja quasi unterstützt. Jetzt brauchen wir ja eigentlich keinen... Äh... Keinen Begleitschuss mehr. Alle drauf. Noch ein Stück. Gleich haben wir... Und weg damit. Läuft. Geschafft. Also, wieder in Escort-Position gehen. Und dann ab dafür. Hoffentlich müssen wir die jetzt nicht alle mitschleppen, weil dann dauert das Warp-Pairing noch länger. Dann kriege ich einen Anfall. Auf. Die Folge ist sowieso schon viel zu lang. Aber ich will die noch abschließen, die Mission. Los. Ich weiß, wir sind immer noch nicht so ganz, wo wir hinwollen, aber... So what? Und die fliegt schon wieder in den Asteroidengürtel. Ne. So, der Station. Ist doch eine Station, oder? Ja. So. Weg damit. Was heißt denn hier... Thread Level High? Hier ist doch gar keiner. Hier ist keine Sau. Okay, außer der da. Na gut, holen wir den mal ab. Und jetzt klingelt mein Telefon. So eine Scheiße. Ich krieg die Krise. Äh, Leute, ich beende mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.